hallo jetzt willkommen da sind wir wieder 11 4 uhr hier ist meine fackel und raus aus dem loch ja ich habe noch fleisch gearbeitet denn sonst keine besonderen vorkommnisse jetzt nicht mehr gespannt jetzt keiner ist auch keiner geht erst mal gut aus keiner da ja das alles schön ah ja wunderbar so erde gut durch erdehaft weil wir sehen ich habe mir die folge selber angeguckt die pilze wollte ich ersetzen ging aber nicht weil warum ging das denn nicht pilze war dazu brauchte ich erde sechs stück noch nicht viel ja okay da wollen wir mit pilze aber nicht zunächst die muss ich erst mal anpflanzen ja mehr pilze habe ich auch nicht das prima ich höre schon wieder jemand grunzen unten gefällt mir nicht und hat hier kommt jetzt hier rein zack zack muss ich gleich setzen auf jeden fall hat kommt weg hat kommt weg herrlich das sieht furchtbar aus das hätte ich auch noch ein bisschen aufräumen können immerher kommt das wir brauchen eine waffenkiste unbedingt ja hier sind mehrere am grunzen höre ich gerade kommt wieder draußen kommt wieder wer angeschissen warum ist der sand der sand muss hier rein erde und sand müssen da rein an für sich muss das die rohstoffkiste naja ja ich glaube die rohstoffkiste ist bei mir drüben die ne mehr ja natürlich so kommt das halt da rein ja sieht schon besser aus aber jetzt müssen wir erstmal das hier los werden die zwei krysanthemen tun wir noch rein jetzt gehen wir draußen gucken habe ich dir die gartenhacke bei okay ne ja ich nicht dabei ja das richtig richtig alles mal zu hause lässt perfekt hab ich metallspitzen hergestellt metallspitzen 100 stück habe ich hergestellt die restlichen pfeile werde ich noch verdonnern ja aber ja federn tun wir mal die hälfte raus ja egal Hälfte rein, plöpp 87 Metall, Spitzenkünfte Die fangen wir direkt an zu bauen Moment mal Da müssen wir direkt mal gucken, auf wann kann ich eine Armbrust herstellen Also eine Armbrust denke ich mal wäre schon gut Müsste ich schon bauen können, das heißt wir müssen zusehen, dass wir den Tisch herstellen können, Werkbank Bank, Generatobank, Werkbank Erstens gehen mir draußen die Typen aus den Nerven, die da wieder Krach machen, in meinem schönen Haus Habe ich die Leiter gebaut Ja, prima Hier muss auch noch ein neue Ballen hin Könnte ich an sich ein paar bauen Wo sind die Penner? Hier wieder irgendwer Übrigens ich habe versucht den Sound noch ein bisschen anzupassen Ich glaube das müsste jetzt ganz gut sein Ach ich habe Durst, ich habe Hunger Hunger Durst So und jetzt zeig mal her Schon im Haus drin Fletsch Nummer eins Hast du den im Kopf hängen Tante? So Hinten der noch Bist du vorhalten? Wer da rumkrabbelt auch Der immer nur tot ist, der Blödsack Der ist aber tot, der ist tot, prima, prima, alles tot So Pilze Pilze setzen Muss ich da hinten? Habe ich jetzt die Gartenhacke mitgenommen? Nein, ne? Idiot Nicht schlimm Haben wir jetzt zwei Eingänge Aha Gartenhacke mitnehmen Äh Wo ist sie? Da ist sie Da ist sie Die Gartenhacke brauche ich erstmal nicht Keule Keule, ja Keule Taschenlampe Wozu brauche ich eine Taschenlampe? Weiß ich nicht Leiter Taschenlampe Pfeilspitzen Pfeil aus Eisen Soll ich die erstmal bauen? Ne, dann tue ich doch die Eisenspitzen versauen Ne, Eisenspitzen kommen wir erstmal hier rein Nein So Tak Tut so Gescheuerte Gelände kann ja auch mal weghacken Dann ich nicht immer hin und her rennen muss So Warte hier runter Ne, wo kann man runter springen? Das müsste ich mir auch mal Eindert hier Tak Das mit dem Zaun gefällt mir auch nur halb so gut Aber ich glaube Noch einmal In Richtung Hügel weiter bauen Ja Ein bisschen weiter weg Ne Okay Wartet mal Dann nehmen wir die Dinger mal raus Dann werde ich hier noch ein bisschen den Boden verprügeln Das heißt die Pflanzen Weg Dann machen wir hier noch eine schöne Reihe hin Auf jeden Fall Wenn nicht noch eine Das ist schlecht, dass ihr auf den Boden gehauen habt Wenn man auf den Boden haut Geht das nicht mehr Ja Trau den Braten, ne Ich höre schon immer wieder Geräusche die nicht da sind Seht ihr Plack Plack Komm mach doch Mach hinne Das ist immer noch genauso doof wie früher Den exakten Punkt treffen Ja Trau dem nicht Ich höre mich Ich bin schon bescheuert Oder war ich schon immer Ich will nichts mehr machen Gartenarbeit scheiße Wurst schon immer Der macht hat freiwillig Da komm die Reihe machen wir jetzt voll Und hier noch zwei Komm mach doch Oh Nervig Ich hab keine Erde Ich wusste Egal Feierabend Emma Pilze Sind wir mal gespannt Hoffentlich war das keine Fehlinfo Dass man die jetzt auch hier hin bauen kann Plack 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 Schcharge Immer wieder Axt schwinge Ist schon nur früh am Tage Kommen herrlichen Die schönen Bäume hier Die gefallen mir sehr gut Auch ein windрамm weg 3-4 bäume am tag müssen sein wenn wir genügend zum verbrennen haben und so weiter ansonsten müssen wir level machen an für sich könnten uns das nächste haus vorknöpfen aber gerne vorher eine armbrust bauen und für eine armbrust brauchen wir glaube ich mehr in einmacher noch mehr mehr auto teile ich habe besser gesagt wir haben die ganzen lampen abgeschraubt also haben wir viel elektrische parts aber elektrische sind keine mechanischen parts hier liegt noch irgendwas ekelhaftes ist das was ein blödsinn ok ein ins grüne möchte ich stellen bitte schön dahin und dahin dahin das ist schon scheiße in der luft steht irgendwo muss man hier noch plätzchen sein da war doch gerade nervig so ok jetzt gehen wir mal gucken naja wir brauchen level wo auf jeden fall 1 2 level brauchen wir ich hatte noch ein level gemacht hat hatte ich noch ein mavalot rein gesteckt ihr müsst man auch ein bisschen mit abkürzen heuweilen heuweilen hier bau noch von weiß ich baue doch zehn stücke also egal kostet 100 hier flöhe flöp ist die leite ich bin vorbeigelaufen herrlich ich bin zu dumm mit reinzukommen hat er mein phänomen der schräge mag ich auch nicht so und hat er ändern wir sofort dämliche gitter und weg all der scheiß hier so das ding tun wir reparieren so armbrust herstellen hier sieht alles furchtbar auto teile ich habe keine auto teile kiste bräuchte eine auto teile kiste aber ich glaube wenn ich 28 das reicht auf jeden fall armenbrust armenbrust nein ist ja gar nicht mal werkbank werkbank seht ihr dafür brauchen wir einen schraubenschlüssel ich hatte aber noch einen gefunden hier sehen wir den 1er geht schneller kaputt perfekt schraubenschlüssel ein klauenhammer da könnte ich nur einen basteln muss ich auch jetzt könnte ich den fertigen so kann ich nicht ich habe nicht genügend ruhe stoffe geschmiedetes eisen habe ich nicht darf los botte da davon brauche ich aber dringend wieder welches geschmiedetes eisen also hier mal ein bisschen ja laufen geschmiedetes eisen geschmiedetes eisen und zack machen wir 100 das brauchen wir auf jeden fall bing bing zack läuft 6 minuten wie lange läuft das 24 minuten bisschen viel so zack fertig brenne brenne schön kann der helmtürmchen bauen ne wir bauen noch mal Türmchen tut mir leid aber so lab habe ich noch mal bei euch los wenn will ein sand ja für ein sand und kommt da rein inger wasser habe ich noch genug ja 250 prima kaffeebohnen ist noch ein kaffeesamen draußen mal könig depp ne nix das mache ich aber jetzt nicht fangen nicht fünf baustellen an werkbank zwei minuten noch irgendwas ja die will ich aber nicht hier rumsitzen hier die autoteile kommen hier rein hier kommen autoteile rein dann könnte ich noch ein bisschen sortieren in derzeit hepp autoteile ambos habe ich hier schon reingetan dann hätte ich noch ein ambos das ist autoteile das gehört da nicht hin das gehört da nicht hin autoteile und werkzeug machen wir es so wupp schwupp ja lampen sind auch autoteile radkappe brauche ich nicht das mal da ah das hier habe ich noch so ein dinge das ist ein autoteil und papier gehört zu waffen 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 die ganzen einserwaffen braucht es keine sau können wir die zerlegen und guck mal wir werden zerlegen kommen drei autoteile raus mechanical parts das ist doch perfekt so papier weg rad weg hier scheinwerfer batterie brauchen wir extra wir haben auch noch 10 eisenspitzen können wir hier verwerten up 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 sehr gut sehr gut hier hin durch zwei vierer spitzhacken wieso das egal einen da noch mehr autoteile ich habe auch noch drei ich weiß nicht wofür ich die brauche aber ich will sie mal besser nicht halt versauen federn ich habe überall federn habe ich festgestellt die nehme ich mit die fälle kommen hier rein der große sortierfix ist wieder am berg obwohl das gar nicht so fix sortiert ist egal welche einer knarre ich zerlege da komme ich immer drei parts raus stimmt das die zerlege so tatsächlich das ist ja prima können wir die munition da hinlegen aber ich kann jetzt schon mal gucken was wir für die armbrust brauchen das wäre ja gar nicht so doof ne armbrust haben wir zehn mechane gefahrt zehn kleber zehn kleber ist die frage habe ich zehn kleber da ist zehn ich habe zwei kleber dann müssen wir kleber basteln dazu brauchen wir trübes wasser und knochen kleber haben wir äh da ist es doch Kleber drin brauche ich also nicht her damit sehr gut trotzdem können die schwächer basteln trübes wasser und knochen entakte glaube ich Kleber hier warte mal Kleber Kleber da siehste ja eins zwei drei dann koch mal kochen alles egal drei minuten also noch ein brettchen mehr klapp fertig so armbrust zwei fälle nochmal eins zwei zack was noch holz kleber alles fertig da müsste nur das ding fertig gemacht sein habe ich doch schon fertig soll ich das ding noch hier hinstellen zehn nix schnack auch ich so plöp armbrust herstellen das ist nicht gut warte mal eins zwei drei vier fünf ein zwanzig zack eins zwei drei zwanzig deswegen geht das nicht mit mir scheint die gepaart fehlt einer komm zack rein geht das jetzt herren mit herren mit herren damit arm brr brust ha ha fertigen abbrechen abbrechen moment ich habe doch hier so na jetzt so wo sind die lustigen lernen dinge habe da welche gefunden habe strange stärker intellekt ja zack da nehme ich folgende bewandtnis hat jetzt hier benutze 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 ich ding ist mein intellekt ein höher und ich jetzt die armbrust baue ist die direkt eine stufe höher ma ha dann müsste ich jetzt auch stahl für stahl brauche ich noch also eine axt axt habe ich kein auch habe ich eine axt fertig ein clown hammer hammer zack brauche ich mit zack habe ich kaufe dies zwar aus stahl aber die muss ich auch irgendwann reparieren bauen wir lieber eine zack so und spitzhacke habe ich zwei vierer eine fünfer jetzt ja ne jetzt mache ich nicht noch extra eine fünfer ok prima zerlegen 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 hat die schlange ist voll zwei achso deswegen gehen. Ja, der Rest brauche ich an und für sich nicht. Tu ich jetzt weg. Das bisschen hier hin und her gefummelt hat wieder ewig gedauert. Ihr seht, herrlich. Wozu schleppe ich die Fackeln mit. Die Gartenhacke brauche ich auch nicht. Die Wassergartenhacke, die Kleber, der Rest da rein. Was soll der der scheiß? Verlegen. Durchgleich zerlegen. Und ganz viele Steine brauche ich auch nicht. Kann nur alles verschwinden. Der große verschwinden die Brust. Da nehme ich immer an, ihr sagt. Tag rein damit. So. Fertig. Jo, dann ziehen wir jetzt mal ab hier. Haben wir gar nicht lange gebraucht. Seit 20 Minuten bin ich hier irgendein Shit am machen. Ja, ist halt so, ne. So, was wollte ich jetzt machen? Ich würde gerne noch ein paar Autoteile besorgen. Bisschen Petong und so. Wäre nicht schlecht. Geh einfach zu der nächsten freundlichen Hütte. Wie wäre das? Das ist toll, ne? Ah! Oh! Nicht gut. Heuwallen. Ja, damit. Klack. Klack. Fertig. Das habe ich drauf. Ach, klack. Klack kostet doch nix. So, kann ich von da aus da drauf. So! Das haben wir mal geschafft. Habe ich hier in den Briefkasten irgendwie so hoch nachgeguckt? Ja, ja. In der Feuerwehr waren wir. Waren wir da schon drin? In der Feuerwehr? Ne, da waren wir noch nicht drin. Da waren ein paar Kisten. Die waren nicht so toll. Dem ehrenwerten Haus waren wir? Ja? Oder nein? Nein. Da sind auch noch die Betonsäcke. Komischerweise. Ach, ach, die hat ich stehen lassen. Einig. Ja. Wollte schon mitnehmen. War ich zu faul für. Jetzt nehmen wir sie aber mit. Wenn wir jetzt hier sind. Halbe Tag ist rum. Noch nix gemacht. Was ist das hier eigentlich? Ist da was drin? Den schoffen wir jetzt einfach mal weg. Lustigerweise. Außerdem sehe ich dann, ob ich hier gewesen bin oder nicht. Wenigstens halb. Und die kaputte Mischmaschine könnte man auch auseinander nehmen, ne? Was ist hier eigentlich? Nur Grafik, okay. Das ist ganz viel Sand. Sand schadet nicht. Aus Sand kann man Glas machen. Und Level. Siehst du? Na okay. Ich habe zwar noch gehofft. Ich habe zwar noch gehofft. Nö. What? Haben mechanlige Parts raus? Ach, Quatsch. Von meinen zerlegen. Haben mechanlige Parts raus. Aber da stand nämlich gerade plus mechanlige Parts. Die ist ganz. Warum soll ich die kaputt machen? Nö. Die ist doch Dreck bei mir in der Nachbarschaft. Die lasse ich. Hier. Knochen. Und Auto. Auto kaputt machen. Motor. Wir brauchen Motoren. Ach, da können wir auch in die Feuerwehr reingehen. Pass mal auf. Wir machen ein bisschen Krach. Hallo? Ist das da? Hä? Sieht sehr komisch aus. Ist das da? Wir lassen die mal hauen da. Der wird jetzt schon öffnen. Dann kann man durch. So. Benzin. Ich bin den Bohrer. Und dieses Riesenhaus gehen wir noch nicht an. Nein, nein, nein. Da habe ich noch ein bisschen Angst vor. Es sind die Armbrust fertig ist. Der Armbrust müsste fertig sein. Fällt mir gerade ein. Gut, dass der so lahm ist. Und Scheinwerfer. Hallo? So. Was hat der für ein Bug? Oh, der nicht. Bist du schon schlafen? Da war ein Poncho. Poncho ist gut gegen Hitze. Kann nicht wahr sein. Okay. Hier geht ein Heuler. Die Distanz. Boah. Das sieht man mal. Einfach zu hoch. Nehmen wir mal den dritten hier. Das sieht sehr schön. Goldtreffer. Hoch. Was höher. Schöne Punkte. So, du Gammelziege. Die ist tot. Die ist tot. Werder nicht. Werder ist tot. Höher. Geil. Das war das, ne? Das werden wir jetzt sehen, wenn wir hier drauf rumtrommeln. Oben drauf ist bestimmt noch jemand. Angelblei. Angelblei. Jetzt wird Angelblei. Früher war nie, nie Angelblei gefunden. Heute, Angelblei überall. Weil ich ja keins brauche, ne? Selbstverständlich. Ja, aber, äh. Hallo? Ich will die Kiste da zerhacken. Alles drin. Eine Müllpresse. Jetzt habe ich das alles genommen, ne? Ja. Zerlegen. Müllpresse. Kann man die übrigens auch zerlegen. Ausbegeben. Ne, ist Mist. Müllpresse ist Müll. Das Ding hier aber, ne? Ja. Und oben steht eine Waschmaschine. Die Waschmaschine kann man auch zerlegen. Also hier ist ja Paradies. Da kam sogar ne Feder raus aus dem Teil. Ich bin dürstig. Ähm, dürstig, 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 zack. Verrottene Kotelett brauche ich nicht. So. Nächste Kiste. Überraschung, Überraschung. Woüber? Einfach, ne. Benzin fast nehme ich mit. Waffenschrank, geht nicht. Gesperrt. Jeg glaube sogar den Kasten kann man auch abschrauben. Waschmaschine. Herrliche Waschmaschine. Gelt aus. Waschmaschine. Ein Rohr. Ja. Oh, von jedem ein Part. naja, gibt besseres als verschiedene, ok aber wo wir auf jeden fall hingehen ist noch die treppe hoch braue den braten nie, einen topf können wir zerlegen raumschlüssel, sehr gut, soll ich einen topf zerlegen, ich brauche glaube ich einen topf noch mal für irgendwas was weiß ich nicht, ja warte, kann ich jetzt im moment mal mitschleppen alles zerlegt hier, wir machen klare verhältnisse, wir räumen die bude komplett auf hier das hier, hier ist kein, auch nicht den Bildschirm, ausprobieren, Plastik da kam nur Plastik raus, ok, das hier könnte ich hoch zerhacken keiner mehr hier rumpennt komisch denn da hin Glitter weghacken, hm das war sehr gut wollte ich immer nicht da hin fantastico ich hoffe, was wir machen, wir machen einfach von hier da brauche ich da oben nichts rum zu kleben, und guck mal, da kleben überall, äh 200 holes das hat sich gelohnt, war fantastisch, ähm, ja so, dann sind wir auch schon wieder rum, äh, wir sind rum wir sind nicht asbach, wir sind rum ähm doof ja, 30 Minuten sind wir da rum bisschen Zeit verplempert ja, da bringen wir die Sachen noch schnell weg und dann, äh, gucken wir mal ist die Armbrust schon fertig und dann sehen wir mal boah, wir haben auch schon 13 Uhr naja, ok ja, Leute ich hoffe, euch hat euch gefallen wir sehen uns beim nächsten Mal in diesem Sinne abonniert, bis denn, tschüss bis denn, tschüss